Law & Talk Beziehungsweise auch verfassungsrechtlicher Sicht unter die Lupe nehmen und gleichzeitig die Frage aus rechtstheoretischer Sicht aufwerfen, warum diese Konstruktion eigentlich zulässig ist und warum sie von der anderen Seite betrachtet. Und gleichzeitig, jedenfalls bei mir, und ich glaube, das geht anderen auch so, immer so ein etwas komisches Gefühl, beziehungsweise ein Störgefühl hinterlässt, wenn man Fälle betrachtet, in denen diese Tatprovokation eben nicht dazu geführt hat, dass der Angeklagte irgendwie freigesprochen wird oder das Verfahren eingestellt wird, sondern indem ein Angeklagter verurteilt wird, trotz dessen er vorher durch staatliche Behörden oder durch andere Art und Weisen der Beeinflussung dazu gebracht wurde, die Straftat zu begehen seitens des Staates aus. Und genau darum geht es ja in diesen Tatprovokationsfällen. Die Konstruktion ist ja immer so, dass der Staat meistens dann in Form eines verdeckten Ermittlers, eines Polizistens, auf die Täter, die dann später vor Gericht stehen und dann Angeklagte sind, eingewirkt hat und dabei eben entweder sogar die Veranlassung zur Tat gegeben hat oder aber dafür gesorgt hat, dass der Täter eben bestimmte Art und Weisen der Tatbegehung durchführt, bestimmte Strafnormen eben verletzt und er das möglicherweise, und das lässt sich im Nachhinein natürlich häufig schwer feststellen, gar nicht getan hat, hätte, wäre er nicht von staatlicher Seite aus dazu in irgendeiner Form angeleitet oder darin bestärkt worden in diesem Vorgehen. Und man muss da sehr vorsichtig formulieren, wie so häufig im Recht, es gibt da eben verschiedenste Abstufungen, ab welchen gesagt wird nach der ständigen Rechtsprechung, des BGH und EuGH, ab dem eine solche Tatprovokation rechtswidrig ist und welche Rechtsfolgen sich daran anschließen, werden wir dann sehen und bis zu welcher Schwelle sie aber auch noch zulässig ist. Und das wollen wir uns heute angucken und das Ganze mal dann auch entsprechend bewerten, aus meiner Perspektive jedenfalls, und was ich von dieser Rechtsprechung halte. Zum Einstieg und als Aufhängepunkt schauen wir uns das Urteil des BGH vom 1. Strafsenat vom 16.12.2021 mit dem Aktenzeichen 197-21 an. Und dieses Urteil war auch relativ groß in der juristischen Presse verbreitet, als es zustande kam. Da geht es darum, dass der angekauft angeklagte H, wird er in dem Urteil genannt, mit einem Kollegen noch zusammen. Das spielt aber nur eine untergeordnete Rolle, weil der keine Revision eingelegt hatte. Der H aber eben schon Rauschgift verkauft hat, beziehungsweise verschiedene Drogen verkauft hat. Und das sich immer zunächst eben in den, ja praktisch Größenordnungen von 10 Gramm Koks, 20 Gramm Koks, auch mal 50 Gramm Marihuana befand. Und so in dieser Größenordnung da praktisch gedealt wurde. Und irgendwann haben sich der angeklagte H und eben der Mitangeklagte dann zur Zusammenarbeit zusammengeschlossen, aus dem Flüchtlingsheim heraus, in dem sie gewohnt haben. Und haben da dann zusammenwirkend diesen Drogenhandel praktisch betrieben. Gleichzeitig hat der angeklagte H auch selbst Drogen konsumiert. Hat also immer was für sich behalten, was er praktisch eingekauft hat. Und gleichzeitig einen anderen Teil verkauft, um seine, ja möglicherweise auch Rauschgift, Sucht da zu finanzieren. Das ist aber so genau nicht tatsächlich in den Akten hier nachlesbar oder im Urteil nachlesbar. Aber diese Theorie kann man jedenfalls aufstellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann geriet der Angeklagte dann an einen verdeckten Ermittler, der dem Angeklagten wohl irgendwie auf die Spur gekommen war. Und dieser verdeckte Ermittler kaufte zunächst erstmal 10 Gramm Gras für 90 Euro bei dem Angeklagten H. Und hat dann somit praktisch Kontakt aufgebaut zum Angeklagten. Und dann hatte sich da dieser Kontakt eben weiterentwickelt. Und irgendwann hat dann der verdeckte Ermittler den Angeklagten gefragt, ob er nicht auch größere Mengen von über 100 Gramm in irgendeiner Form beschaffen könne. Und da ist dann der Angeklagte H erstmal gesagt, ja möglicherweise, aber seinen bisherigen Lieferanten hätten, wären da wohl so ausgestattet nicht. Und dann müsste er sich erstmal umschauen und er käme nochmal praktisch zurück. Und der verdeckte Ermittler hat aber nicht locker gelassen und hat dann immer wieder erneut nachgefragt, ob denn nicht auch größere Mengen praktisch ankaufbar wären. Und irgendwann kam es dann dazu, dass der verdeckte Ermittler sagt, er wolle doch bitte 3 Kilogramm Gras kaufen, wenn das irgendwie möglich wäre. Und nachdem dann ein bisschen mehr Zeit noch verstrichen war und kam dann der verdeckte Ermittler erneut auf den Angeklagten zu. Als kleiner Einschub ist wichtig, dass eben das immer vom verdeckten Ermittler ausging. Also der angeklagte H hat wohl, soweit es nachweisbar war, nie praktisch nachdem diese Anfragen kamen, nie von sich aus wieder gesagt, ey willst du nicht hier, du wolltest doch größere Mengen kaufen, wie ist denn das, willst du das immer noch und so weiter. Sondern es ging immer vom verdeckten Ermittler auf, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass er ja so großes Interesse daran habe, jetzt größere Mengen dieser Marihuana zu kaufen oder auch größere Mengen Koks. Und schließlich kam es dann irgendwann zu einer Einigung, bei der der verdeckte Ermittler sich bereit erklärte, dem Angeklagten 3 Kilogramm Marihuana für 18.000 Euro und zudem 100 Gramm Koks für 6.800 Euro abzukaufen. Und der Angeklagte sagt aber, ja, wir können uns darauf grundsätzlich einigen, aber der Angeklagte hatte eben dafür eigentlich gar nicht die Zugangswege oder die Lieferwege und musste sich eben an einen neuen Lieferanten praktisch wenden. Der ist hier in dem Urteil als HÖ bezeichnet, als HÖ. Und genau, an den musste er sich wenden und gegen den ist auch ein Urteil ergangen oder der wurde auch verurteilt. Das ist ganz interessant, wie man bezüglich dieses Lieferantens die Konstruktion des praktisch Agent Provokateur einzuordnen hat. Das gucken wir uns ja am Ende an. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den Angeklagten HÖ. Der hat jetzt also praktisch diese größere Menge Kokain und größere Menge Marihuana dem verdeckten Ermittler zum Verkauf angeboten und auch ist gerade dabei, das Ganze zu beschaffen, als dann die Polizei den Zugriff durchführt und eben während des Beschaffungsvorgangs zwischen dem Lieferanten HÖ und dem Angeklagten HÖ dann eben den Zugriff auch durchführt. Ja, und dann wurde der Angeklagte HÖ erstmal vom Landgericht Freiburg zu einer Strafe verurteilt und ist dann aber vom BGH in Revision gegangen mit der Argumentation, dass hier ja ein Fall der Tatprovokation vorläge und dies ein Verfahrenshindernis darstelle, weswegen das Urteil aufzuheben sei. Und bevor wir uns jetzt auf die defizile, praktisch konkrete Begründung des BGHs und die Urteilsfindung dieser Revisionsentscheidung genauer angucken, wollen wir dann einmal abstrakt den Blick auf die Konstruktion der Tatprovokation belegen und schauen, wie diese von der Rechtsprechung in Form des BGH, aber auch EuGH behandelt wird und welche Rechte des Angeklagten bzw. Täters oder potenziellen Täters eigentlich verletzt sind, wenn eine solche Tatprovokation stattfindet. Gegenüber stehen sich, wenn man erstmal einen solchen Sachverhalt abstrakt betrachtet, natürlich auf der einen Seite das Interesse der Behörden und der Polizei, eine effektive Strafverfolgung zu betreiben. Und zu dieser effektiven Strafverfolgung, wenn man es auf die Spitze treibt, gehört es eben auch dann mögliche Täter oder auch möglicherweise, wenn man es ganz, ganz zuspitzt, einfach jedem, der sich so in der Öffentlichkeit bewegt, mal zu testen darauf, was denn in ihm eigentlich für kriminelle Energie vorherrscht und wie sich diese denn gegebenenfalls ausleben wird, wenn er die entsprechenden Voraussetzungen vorfindet, um eine Straftat zu begehen. Und da es natürlich im Interesse eines Staates ist und einer effektiven Strafverfolgung auch ist, solche Ansätze schon zu unterbinden, kann es natürlich theoretisch betrachtet erstmal auch im Interesse eines Staates liegen, dafür zu sorgen, dass solche kriminelle Energie gar nicht erst zustande kommt oder möglichst früh eben eingedämmt oder erkannt wird und die entsprechenden Personen dann durch Strafverfahren entweder aus dem Verkehr gezogen werden oder eben mit anderen strafrechtlichen Methoden dazu gebracht werden, diese kriminelle Energie nicht mehr an den Tag zu legen. Und das Ganze kann dann eben dazu führen, dass Ermittler sich eben verdeckt an bestimmte Leute wenden, von denen sie den Anfangsverdacht haben, dass sie eine Straftat begehen gegangen haben oder zukünftig begehen könnten und dann mit diesen verdeckten Ermittlungsmethoden, die sie dann verwenden, also mit einer Legende und so weiter und so fort, auf die jeweiligen potenziellen Täter einwirken. Und dem gegenüber steht auf der anderen Seite natürlich das Interesse einer geordneten Rechtspflege und das besteht auch darin, dass faire Verfahren stattfinden. Das Recht auf ein faires Verfahren ist ein Grundrecht, hat jeder Staatsbürger und wird abgeleitet aus Artikel 2, 1, Artikel 20, 3 GG in Verbindung mit Artikel 6, 1 der EMRK, wo es auch explizit drin steht. Artikel 6, Recht auf ein faires Verfahren. Absatz 1, jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren öffentlich und innerhalb angemessener Fristen verhandelt wird. In diesem Artikel 6, 1 leitet man für die Grundrechte und die Justizgrundrechte ja einige Konstruktionen ab, unter anderem eben auch das Recht auf ein faires Verfahren, zu dem dann auch gehört, dass eben der Staat nicht Straftat-Herbeiführung betreibt, sondern eben nur Strafvereitelung oder Straftat-Vereitelung betreibt. Und wenn der Staat, so wie wir es gerade überspitzt einmal dargestellt hatten, praktisch auf jeden Bürger einfach zuging würde und mal praktisch testen würde durch eine bestimmte Art von Provokation, wie denn eigentlich sein Verhältnis so zu Straftaten ist und ob er geneigt ist, solche eher leicht oder eher zurückhaltend zu begehen, dann stellt das eben einen Eingriff in dieses Recht auf ein faires Verfahren dar, weil es möglicherweise gar keinen Grund gibt, warum man jetzt diesen einzelnen Bürger in irgendeiner Form unterstellen sollte, dass er dazu geneigt ist, eine Straftat zu begehen. Und wenn man ihn dann dazu provoziert, dass natürlich in einer gewissen Form rechtsstaatliche Fragen aufwirft, wie übrigens meiner Ansicht nach generell diese Konstruktion der Tatprovokation, dazu kommen wir aber am Ende noch genauer. Gegenüber stehen sich also, wie dargestellt, einmal die effektive Strafverfolgung und Verbrechensbekämpfung und auf der anderen Seite die geordnete Rechtspflege, insbesondere das Recht auf ein faires Verfahren. Und der EGMR hat dann konkretisiert, dass ein klarer Verstoß gegen dieses Recht auf ein faires Verfahren dann vorliegt, wenn eine Anstiftung seitens des Staates zu einer Tat ohne hinreichende Tatgeneigtheit des dann angestifteten Täters vorher bestand. Das ist eben genau dieser Fall, wo gar keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass in irgendeiner Form eine Straftat verwirklicht wird oder auch verwirklicht wurde seitens des Betroffenen, der hier dann Tat provoziert wird und der Staat sich ganz willkürlich einfach Leute rauspickt und deren Einstellungen zu Straftaten testet, was ja absurd erscheint, auch angesichts tatsächlich begangener Straftaten, auf die man die staatlichen Ressourcen dann möglicherweise eher konzentrieren sollte. Problematisch an der Konstruktion der Tatprovokation oder diesem ganzen Gebilde darum ist natürlich auch, dass es keine klaren Regelungen, sowohl nicht in der EMRK, da würde man es aber wahrscheinlich auch nicht erwarten, aber auch nicht auf einfach gesetzlicher Ebene in der STPO oder so gibt, was denn eigentlich den Strafverfolgungsbehörden noch zulässig ist oder was erlaubt ist. Und gleichzeitig auf Rechtsfolgenseite ist auch nicht geklärt, welche Rechtsfolgen es eigentlich auslöst, wenn tatsächlich eine rechtswidrige Tatprovokation vorliegt. Und wann eine rechtswidrige Tatprovokation vorliegt, das wollen wir uns jetzt mal angucken, wurde eben seitens des EGMR und des BGH in verschiedenen Urteilen richterrechtlich herausgearbeitet. Insbesondere der EGMR grenzt dabei dann recht strikt ab zwischen der sogenannten weitgehenden passiven Strafermittlung, das wäre dann noch ein zulässiges Vorgehen des jeweiligen verdeckten Ermittlers und einer Verleitung bzw. einer Anstiftung zur jeweiligen Straftat und dann einer daraus resultierenden anschließenden Strafverfolgung. Wann das ein und wann das andere vorliegt, lässt sich dann danach abgrenzen, wie im Einzelfall auf den Täter eingewirkt wird. Dabei ist dann eben die Frage, wie verhält sich der verdeckte Ermittler gegenüber dem Täter? Wie wirbt er auf den Täter ein? Geht er über ein bloßes Mitmachen hinaus? Ist der Täter schon tatbereit oder war er das noch gar nicht, hat nur praktisch abstrakt darüber nachgedacht und wurde dann vom Agent-Provokateur richtig tatsächlich angestiftet? Also dieser hat den Tatentschluss herbeigeführt, hatte er möglicherweise zwar schon einen Tatplan, wurde dieser Tatplan aber durch das Vorgehen des verdeckten Ermittlers intensiviert und dann ganz entscheidend und das maßgebliche Kriterium, mit dem auch immer in diesen Urteilen dann argumentiert wird, welchem Druck ist der Angeklagte durch den verdeckten Ermittler ausgesetzt? Und dieser Druck, das werden wir auch gleich noch in der Urteilsbegründung des Urteils vom Anfang sehen, dieser Druck, der auf den Angeklagten ausgeübt wird, kann eben durch dauerhaftes Nachfragen geschehen, durch eine bestimmte Art von Köderung, in dem eben gesagt wird, jetzt in diesem Beispiel hier, dass besonders günstige Konditionen geboten werden seitens des verdeckten Ermittlers für die Drogen, also er beispielsweise sagt, ja ich bin bereit, sogar ein bisschen mehr zu bezahlen als der übliche Marktpreis und so weiter und so fort. Und auch, ob eine sogenannte Aufstiftung vorliegt, also ob der Täter möglicherweise, ist es den verdeckten Ermittlern schon bekannt, üblicherweise einen bestimmten Strafrahmen erfüllt und gleichzeitig dann aber vom verdeckten Ermittler aufgestiftet wird, also der Unrechtsgehalt seiner Taten dadurch verstärkt wird, dass der verdeckte Ermittler ihn auffordert, doch mal ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen härter vorzugehen oder wie in unserem Fall eben eine größere Menge an Drogen zu verkaufen, die dann das Unrechtsgehalt natürlich manifestiert und gegebenenfalls vertieft. Auf der anderen Seite gibt es dann eben dieses Kriterium der weitgehend passiven Strafermittlung, welches von der EMRK-Rechtsprechung praktisch anerkannt wird und welches der EGMR vertritt. Und da wird eben gesagt, okay, eine weitgehend passive Strafermittlung liegt vor, wenn der Täter auch ohne das Einwirken des verdeckten Ermittlers schon tatgeneigt ist und der verdeckte Ermittler praktisch einfach nur mehr oder weniger daneben steht, das Geschehen beobachtet und auf den Täter gar nicht in der Form einwirkt, dass er ihn in irgendwelchen Drucksituationen aussetzt, sondern einfach nur sagt, okay, mehr oder weniger, du hast schon einen Tatplan, setz den doch mal um und dann werden wir sehen, was passiert. Und da praktisch keine weitere Einwirkung auf den Täter stattfindet, als diese rein weitgehend passive Ermittlungen und das rein passive Beobachten. Damit sind also die Abgrenzungen der zulässigen und der rechtswidrigen Tatprovokationen dargestellt und die Frage ist jetzt natürlich erstmal, wie wurde das denn jetzt vom BGH in dem anfangs dargestellten Fall entschieden und dann welche Rechtsfolgen wurden daraus abgeleitet. Dabei hat der BGH in seiner Entscheidung dann grundsätzlich im Ergebnis die Revision des Angeklagten H für zulässig erachtet und das folgendermaßen begründet. Er hat gesagt, bisher, praktisch in der Chronologie des Verlaufes der Taten, die dem Angeklagten H hier zur Last gelegt werden, hatte dieser sich ja auf relativ geringe Mengen von Marihuana und Kokain beim Verkauf beschränkt, deswegen man zwar grundsätzlich von einer sogenannten Tatgeneigtheit ausgehen könnte, also eine generelle Tatgeneigtheit zum Verkauf von Drogen, was ja erstmal unabhängig von den Grammmengen strafbar ist und man so natürlich auch sagen könnte, okay, da diese Tatgeneigtheit schon bestand mit den Kriterien, die wir gerade seitens des EGMR auch uns angesehen haben, basierend auf der EMRK, da kann angenommen werden, dass insofern keine Provokation vorliegt, sofern es um diese ursprünglichen Mengen geht, die der verdeckte Ermittler am Anfang gekauft hat. Allerdings bezog sich die Revision maßgeblich eben auf das auch entsprechende härtere, im Strafraum härtere Urteil, dass ja am Ende diese großen Mengen verabredet wurden und dabei ja auch bei der Beschaffung dieser größeren Mengen, also dieser 3, genau, was war das, 3 Kilo, dieser 3 Kilogramm Gras und dieser 100 Gramm Koks, dass dabei ja auch der polizeiliche Zugriff dann erfolgte, der schließlich zum Strafverfahren, das hier jetzt läuft, geführt hat. Und diesbezüglich, sagt der BGH, gab es eben keine Anhaltspunkte, dass der angeklagte H hier eigentlich ursprünglich das sowieso vorhatte, auch große Mengen Marihuana und Koks zu verkaufen, sondern er hat sich eben eigentlich auf diese, in Anführungszeichen, kleineren Mengen beschränkt und nur damit seine An- und Verkaufsstruktur aufrechterhalten, insbesondere weil er ja auch immer einen Teil selbst konsumiert hat und über den restlichen Verkauf dann diesen Konsum auch finanzieren, refinanzieren konnte. Diesen Quantensprung, und das ist tatsächlich ein Fachbegriff, der hier seitens der Rechtsprechung und wahrscheinlich auch innerhalb der Polizei verwendet wird, von diesen kleineren Mengen dann auf diese größeren Mengen, die eben auch härtere Drogen umfassen, also größere Mengen härterer Drogen wie daneben 100 Gramm Koks, das sei hier seitens des Angeklagten H ursprünglich nicht geplant gewesen und dazu war er auch nicht tatgeneigt und dadurch, dass der Angeklagte selbst nie auch auf diese Anfragen des verdeckten Ermittlers, ob er denn nicht auch größere Mengen verkaufen könnte, von sich aus zurückkam, sondern immer der verdeckte Ermittler erneut auf den Angeklagten H eingewirkt hat, indem er ihn eben gefragt hat, ja, wie sieht es denn aus, hast du jetzt mal auch größere Mengen im Angebot und so weiter und so fort. Dadurch kann man eben ableiten, dass keine ursprüngliche Tatgeneigtheit zu diesem härteren, zu diesem Quantensprung und zu diesem Verkauf der härteren Drogen bestand. Daran anschließend argumentiert dann der BGH auch mit diesem Druckkriterium, dass dann der verdeckte Ermittler auf den Angeklagten H ausgeübt habe. Und zwar muss der verdeckte Ermittler wohl, so nennt man das jedenfalls der Urteilsbegründung, auch auf den Angeklagten H insofern eingewirkt haben, als dass er auf die gemeinsame Herkunft hingewiesen habe und man doch dementsprechend zusammenhalten müsse, weil beide wohl aus dem afghanischen, pakistanischen Landschaftsraum kamen. Und darüber hinaus, der verdeckte Ermittler wohl gesagt, hätte das sein eigener ursprünglicher Lieferant, von dem er sonst immer Drogen beziehe, der sei unzuverlässig und somit praktisch dem Angeklagten H hier verdeutlicht habe, dass er jetzt die Chance hätte auf neue Kundschaft und auch langfristige Zusammenarbeit, wenn er jetzt mal in der Lage sei, diese größeren Mengen eben zu beschaffen. Und das, sagt der BGH, habe eben einen solchen Druck auf den Angeklagten ausgeübt, dass man nicht mehr von einer weitgehend passiven Ermittlungstätigkeit des verdeckten Ermittlers sprechen könne, sondern eben es sich hier tatsächlich um eine rechtswidrige Tatprovokation handelt. Nun ist es ja in Revisionsentscheidungen häufig so, dass das entsprechende Revisionsgericht dann nicht auch das finale Endurteil fällt, sondern eben zurückverweist unter den entsprechenden Gesichtspunkten an das zuständige Tatgericht, das dann eben die Erwägungen des BGH, die hier aufgestellt wurden, zu berücksichtigen hat bei der finalen Urteilsfindung. Und der BGH gibt aber zu verstehen, dass wenn das Tatgericht nach erneuter Beweisaufnahme und Ermittlung, die dann eben noch angestellt werden müssen, müssten unter diesen neuen Gesichtspunkten, die der BGH hier hingewiesen hat, wenn dann festgestellt wurde, dass hier tatsächlich eine rechtswidrige Tatprovokation anzunehmen sei und der BGH scheint das selbst anzunehmen, darf es nur nicht in der Form formulieren, weil der BGH eben nicht das entsprechende Tatgericht ist, dann stellt der BGH hier nochmal fest in dieser Revisionsentscheidung, dass dann eine Einstellung nach § 206a 260 Absatz 3 StPO in Frage kommt bzw. erfolgen müsste. Und in § 206a ist eben die Einstellung des Strafverfahrens in Verbindung dann mit 260 Absatz 3 durch Urteil wegen eines Verfahrenshindernisses geregelt. Und damit nimmt der BGH dann hier ein Verfahrenshindernis an, sollte tatsächlich sich bestätigen, dass dies eine rechtswidrige Tatprovokation war. Damit ist dann also die Rechtsfolge einer rechtswidrigen Tatprovokation ein Verfahrenshindernis, was erstmal natürlich aus, finde ich, rechtsstaatlicher und verfahrensrechtlicher Perspektive gerade mit Blick eben auch auf den Grundsatz des fairen Verfahrens richtig und nachvollziehbar klingt. Man muss aber beachten, dass die Annahme eines Verfahrenshindernisses keinesfalls die übliche Rechtsfolge ist, die bisher mit den Tatprovokationsfällen in Verbindung gebracht wurde. Denn bisher hat der BGH häufig auch die Ansicht vertreten und es wurde sogar vom BVFG in einer Entscheidung bestätigt oder für zulässig erachtet, dass sich eine rechtswidrige Tatprovokation lediglich auf Strafzumessungsseite auswirke, es also gerade kein Verfahrenshindernis gäbe. Dieser grundsätzliche Gedanke, dass eben das Ganze nicht zu einem Verfahrenshindernis führt, sondern allenfalls auf Strafzumessungsebene beachtet wird, halte ich für durchaus problematisch. Und da werden wir am Ende nochmal darauf zu sprechen kommen, wenn ich meine Sicht dazu etwas genauer darstelle und die Frage aufwerfe, warum da eigentlich generell bei diesen Fällen, jedenfalls bei mir, immer ein gewisses Störgefühl bleibt. Zunächst wollen wir uns dann nochmal aber fokussieren auf diesen Lieferanten, an den sich der angeklagte H. eben gewendet hatte, nachdem diese größeren Mengen ja jetzt von ihm praktisch verlangt wurden und die er ja ursprünglich gar nicht beschaffen konnte und wo er sich dann eben umorientieren musste an einen anderen Lieferanten, der ihm diese Mengen zur Verfügung stellen kann. Und dieser andere Angeklagte, der Hö, den wir vorhin auch schon angesprochen hatten, der hat auch Revisionen eingelegt und eben gesagt, ja, dadurch, dass ja hier eine Tatprovokation und anscheinend auch eine rechtswidrige Tatprovokation gegenüber dem H-Vorlag, der sich dann ja an mich gewandt hat als den Lieferanten dieser Drogen, ist praktisch auch meine eigene Straftat oder meine, ja, meine Deliktsbegehung hier, indem ich diese Drogen in großen Mengen verkaufe, betroffen und von dieser Tatprovokation mehr oder weniger infiziert und deswegen sei auch er, sei das eben auch entsprechend bei ihm zu berücksichtigen. Und dazu gibt es auch Ausgestaltungen in der Rechtsprechung, die darauf zurückgeht, dass diese Grundannahme erstmal nicht falsch ist, dass auch eine mittelbare Tatprovokation praktisch stattfinden kann und diese auch entsprechend zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen ist. Kriterien dafür sind insbesondere, dass es für die Polizei, also den verdeckten Ermittler, vorhersehbar gewesen ist, dass sich die provozierte Person an einen, dann an eine weitere Person wendet und wenn dies eben absehbar war und wenn das Verhalten, also beziehungsweise die konkrete Delikts, Art und Weise der Deliktsbegehung dieser mittelbaren Person eben auch durch das Verhalten der Polizeibeamten oder das Ansinnen des verdeckten Ermittlers beeinflusst oder geleitet wurde. Und gleichzeitig sagt der BGH aber ja, ein Bedingungszusammenhang allein reicht dafür nicht aus, sondern diese Druckausübung oder dieser Druck, den der verdeckte Ermittler eben unzulässigerweise auf den hier angeklagten H ausgeübt habe, der hätte sich eben auch bei dem dann mittelbaren, bei der mittelbaren Person Hö verwirklichen müssen und dies sei nach Ansicht des BGH nicht der Fall, weil der Lieferant ja gar nicht wusste, wer jetzt der, die konkrete Kontaktperson des H war und auch gar nicht wusste, wie diese ganze Vorgeschichte war, dass eben der H praktisch immer auf die gemeinsame Herkunft hingewiesen hat, dem H gesagt hat, dass er hier Chancen hat, größere Geschäfte langfristig auch mit dem verdeckten Ermittler zu betreiben und das H vorher mit viel geringeren Mengen gedealt hat. Das alles war dem Hö ja gar nicht bekannt, weswegen sich dieser Druck, den der verdeckte Ermittler auf den H ausgeübt hat, eben nicht bei dem Hö fortwirken konnte und somit der Hö gar nicht durch die Tätigkeit des verdeckten Ermittlers in irgendeiner Form beeinflusst war oder in seiner Tat, Art und Weise der Tatbegehung irgendwie betroffen war, als dass er sie eine schlimmere Straftat, einen höheren Unrechtsgehalt verwirklicht hätte durch diese Tatprovokation des verdeckten Ermittlers gegenüber dem H. Also ist damit die Revision des mitangeklagten Hö gescheitert. Der angeklagte H. hatte eben mit seiner Revision insofern Erfolg, als dass er gegen diese Verurteilung wegen des Beschaffens der größeren Mengen Marihuana und Kokain, dass diesbezüglich das Urteil des Landgerichts aufgehoben wurde und jetzt nochmal darüber entschieden werden muss, inwiefern denn da ein Verfahrenshindernis hinsichtlich der Verurteilung deswegen besteht. Gleichzeitig ist aber unbestritten, jedenfalls seitens des BGH, eine Verurteilung wegen des Verkaufs der vorher geringen Mengen möglich. Der angeklagte H. hatte ja in diesem ganzen Prozess auch an den verdeckten Ermittlern schon vorher kleinere Mengen verkauft, weswegen die sich überhaupt kennengelernt hatten. Diesbezüglich nimmt der BGH keine rechtswidrige Tatprovokation an, weil sich dies, und das ist das Kriterium, was der BGH dann da anlegt, für den Angeklagten in der üblichen Handelsmenge, mit der er so gedealt hat, befunden habe und deswegen da eben keine Intensivierung der Tat und des Unrechtsgehalts vorlege und im Übrigen sich dann wieder diese rein passive oder weitgehend passive Ermittlungstätigkeit des verdeckten Ermittlers gezeigt habe, ohne da speziell einen gewissen Druck aufgebaut zu haben. Dieser Druck hätte eben nur dazu geführt, dass sich der angeklagte H. dann auf die größeren Mengen schließlich um den Wünschen des verdeckten Ermittlers eben zu entsprechend fokussieren wollte. Soviel also zu dem konkreten Urteil des BGH aus dem Dezember letzten Jahres. Wir wollen uns jetzt noch einmal mit den generellen Fragen, die sie, finde ich, bei dieser Entscheidung aufkommen, bei dem Umgang mit der Tatprovokation aufkommen, beschäftigen und darauf eingehen, wie denn eigentlich rechtstheoretisch oder normativ auch damit umzugehen ist. Ich finde es persönlich schon relativ fragwürdig, wie hier mit auch sehr schwammigen Kriterien agiert wird, Stichwort für den Angeklagten, um eben diese Abgrenzung vorzunehmen zwischen einer noch zulässigen, weitgehend passiven Ermittlungstätigkeit des verdeckten Ermittlers und einer dann rechtswidrigen Tatprovokation. Wenn man jetzt hier nochmal mit Blick auf das Urteil des BGHs, auf dieses Kriterium, der für den Angeklagten üblichen Handelsmenge abstellt und eben sagt, ja, sofern er sich in seiner üblichen Handelsmenge beschäftigt oder betätigt, dann liegt noch keine Tatprovokation vor, selbst wenn der verdeckte Ermittler eben aktiv auf den Angeklagten Zugang ist und gesagt hat, hey, hast du 10 Gramm Marihuana beispielsweise und das dann noch als weitgehend passive Ermittlungstätigkeit wertet, dann halte ich das schon für fraglich, weil wo hier die Passivität liegen soll, nicht wirklich klar ist. Schließlich geht ja der verdeckte Ermittler aktiv auf den Angeklagten zu und verursacht damit, wenn auch nicht generell das Interesse oder Begehren des Angeklagten eine oder Drogen zu verkaufen, aber doch konkret die eine Straftat, die ja auch einzeln abgebeteilt werden kann, die eine Tat im zeitlich-räumlichen Kontext, die dann auch eine Strafbarkeit begründen kann. Und wenn ich eben zwar generell bereit bin, Drogen zu verkaufen, aber dann vom verdeckten Ermittler einmalig aufgefordert werde, verkaufe du mir jetzt am so und so viel Uhr diese Menge an Drogen führt zu dem und dem Preis, dann finde ich es schwierig, auch wenn man möglicherweise einen Anfangsverdacht hat, dass üblicherweise der Angeklagte auch sonst Drogengeschäfte tätigt, bei diesem einzelnen Drogengeschäft davon zu sprechen, dass dies jetzt praktisch sich keine aktive Tatprovokation sei, sondern eine weitgehend passive Ermittlungstätigkeit. Gerade wenn wir mal mit Blick auf § 8 und § 16 22 StGB blicken und uns eigentlich mal fragen, was ist eigentlich die Tat und wie wird sie umschrieben im strafrechtlichen Sinne, dann muss man ja feststellen, dass die Tat eben eine nach § 8 eine Tat ist zu der Zeit begangen, zu welcher der Täter oder der Teilnehmer gehandelt hat. Und der Täter handelt ja nur einmal, und zwar in dem Moment, in dem er die Schwelle zum Jetzt geht's los, also unmittelbar zur Tatverwirklichung ansetzt. Und das kann er natürlich häufig tun, das kann er jeden Tag viermal tun, wenn er unterschiedliche Leute Drogen verkauft, aber die einzelne Tat, von der wir ja bei einer Tatprovokation auch sprechen, die besteht ja dann für sich betrachtet, wird auch für sich betrachtet, wie gesagt, abgeurteilt. Und da ist es dann schon verfehlt, diese Vermischung anzunehmen, dass man einerseits natürlich bei der Aburteilung auf die konkrete Tat abstellen muss, so schreibt das Strafrecht vor, gleichzeitig aber sagt, ja, wenn es um verdeckte Ermittlungstätigkeiten geht, sind diese aber zulässig, wenn wir wissen, dass im üblichen Handlungsrahmen des Täters auch möglicherweise noch sonstige Straftaten der gleichen Art und Weise begangen wurden oder begangen werden. Das vermischt zwei Ebenen, die eigentlich nicht vermischt werden dürften, wenn man eine einzelne Tat aburteilt. Gleichzeitig muss man aber natürlich auch sagen, dass dieses angesprochene Interesse der effektiven Verbrechensbekämpfung ja auch einen gewissen Anspruch haben muss und einen gewissen Anspruch auch haben darf, hier erfüllt zu werden. Und wenn man alleine darauf blickt, wie praktisch der Angeklagte darauf reagiert, wenn ein verdeckter Ermittler an den Rand tritt und sagt, hier kannst du mir dies und das, wenn wir jetzt in diesem Drogenkontext bleiben, kannst du mir die und die Drogen beschaffen und es dann auch tut, dann muss man natürlich sagen, dass sowohl ein Handlungsunrecht als auch dann beim Verkauf ein gewisses Erfolgsunrecht eingetreten ist und der Täter ja auch ansonsten zurechnungsmäßig voll schuldfähig gehandelt hat, also hier schon gewisse Unrechtscharakteristiken und Verstöße gegen die Strafrechtsordnung und die Rechtsordnung vorliegen, die auch es wert sind, theoretisch verurteilt zu werden, moralisch sowieso, aber auch strafrechtlich, wenn es sich eben innerhalb der entsprechenden geregelten Delikte dreht. Deswegen erscheint das Argument, dass verdeckte Ermittler die Möglichkeit haben, sollten in gewisser Weise auch eben innerhalb ihrer verdeckten Tätigkeiten so auf die potenziellen Täter einzuwirken, dass diese offenbaren, dass sie Straftäter sind, mehr oder weniger, also dieses Argument der effektiven Verbrechungsbekämpfung hat hier in gewisser Weise eine Daseinsberechtigung. Die Frage ist natürlich, wie ist das Ganze ausgestaltet, bedarf es einer Ausgestaltung? Und da sind wir beim nächsten auch schon angesprochenen Problem, dass es keine klaren Regelungen im deutschen Recht gibt, wie denn verdeckte Ermittler vorgehen können und dass diese gesamte Konstruktion der Tatprovokation einzig und allein auf richterlicher Ausgestaltung und Richterrechtsprechung basiert, was natürlich angesichts der entsprechenden Folgen, die damit einhergehen können, höchst fraglich ist, weil davon möglicherweise abhängt, ob jemand verurteilt wird, ob jemand einer strafrechtlichen Sanktion unterzogen wird, ob auch jemandem die Freiheit entzogen wird oder eben nicht, weil eine rechtswidrige Tatprovokation vorliegt und dann möglicherweise ja sogar ein Verfahrenshindernis. Problematisch ist dann natürlich auch, dass selbst wenn eine rechtswidrige Tatprovokation vorliegt, ja möglicherweise Dritte dennoch von dem seitens des Täters, auch wenn er provoziert wurde, verwirklichten Unrecht betroffen sein können und dieses Unrecht natürlich fortwirkt. Wenn man also aus Strafrechtsbegründungs- und strafteoretischer Sicht argumentiert, könnte man sagen, ja, hier wurde Unrecht verwirklicht, es wurde auch seitens des Täters, unabhängig davon, ob er angestiftet wurde oder nicht Unrecht verwirklicht und dieses muss auch in irgendeiner Form mehr oder weniger gesühnt werden, wenn wir auf diese Sühnetheorie zu sprechen kommen, die ja ursprünglich auch für die Begründung des Strafrechts generell angenommen wurde. Gleichzeitig steht aber der Staat daneben und diese Konstellation ist natürlich speziell und auch nicht ganz leicht aufzulösen. Man könnte hier aber die Frage stellen, inwiefern denn der Staat selbst dann die entsprechenden Wirkungen praktisch, die diese Tatprovokation ausgelöst hat, auch auf möglicherweise Dritte zu kompensieren hat, wo dann natürlich Entschädigungszahlungen basierend auf Amtshaftungsansprüchen und so weiter in Frage kämen. Man muss aber, finde ich, auch darüber nachdenken, ob man denn diese Konstruktion, gerade weil sie so unklar formuliert ist, wenn man sie nicht gesetzlich klar in Regelungen überführt, was möglicherweise schwierig ist, ob man sie nicht allein deswegen verbieten müsste, weil sie so schwammig ausgestaltet ist und weil sie mit solchen Rechtsunsicherheiten hinsichtlich der Rechtsfolge und der Wirkung auf Dritte einhergeht. Und gerade wenn wir im Strafrecht sind, ist es ja eigentlich die Essenz des Strafrechts, dass es gerade dediziert und ohne Rechtslücken absehbar und voraussehbar ist, sofern bestimmte Sachverhalte oder Tatbestände eben erfüllt sind, dass daran ganz klare Rechtsfolgen geknüpft werden und man sich eben nicht in einem mehr oder weniger luftleeren Raum befindet, da dann erst richterrechtlich ausgestaltet werden müsste. Mit diesem Argument kommen wir dann auch zurück wieder auf Artikel 2.1 20.3 Grundgesetz in Verbindung mit eben Artikel 6.1 der EMRK, also das Recht auf ein faires Verfahren. Das Recht auf ein faires Verfahren muss ja auch implizieren, dass ich im Vorhinein keine permanente Angst haben muss, an verdeckte Ermittler zu geraten, egal ob ich grundsätzlich tatgeneigt bin oder nicht, weil ich ja auch einen Anspruch als Bürger habe eigentlich und deswegen ist ja auch Artikel 2.1 dort in dieser Normkette gerade genannt worden, seinen ursprünglichen Sinn darin hat, dass man vom Staat in Ruhe gelassen wird. Und wenn man aber permanent befürchten muss, dass man an verdeckte Ermittler gerät, mit dem Staat also ständig subversiv konfrontiert werden kann, dann stellt sich ja auch ein gewisses Überwachungsgefühl und das Gefühl des Überwachtseins ein, was wir analog zum Beispiel ja auch immer bei dem Umgang mit der Telekommunikationsüberwachung oder der Überwachung im Internet haben. Und dieses Gefühl des Überwachtseins ist ja einem Rechtsstaat grundsätzlich fremd. Und wenn ich als Bürger aber dennoch permanent damit rechnen muss, dass ich an verdeckte Ermittler gerate, dann ist allein das schon ein so erheblicher Eingriff eigentlich, dass man schon aus diesen Gesichtspunkten finde ich darüber nachdenken kann oder muss die Tatprovokation generell zu untersagen. Zumal man ja auch, wenn man sich ehrlich macht, fragen muss, warum eigentlich das überhaupt nötig ist und ob nicht der Staat auch genügend andere Methoden hat, um Strafverfolgung zu betreiben. Da kann man sicher die Frage stellen, wobei man da auch bezüglich anderer Ermittlungsmethoden die Frage stellen kann, inwiefern diese eigentlich notwendig sind oder ob das Ganze nicht etwas überbordend geregelt ist, gerade mit Blick auf die Frage, wie eigentlich sich das Verhältnis von Straftaten und verwirklichten Straftaten im Vergleich zu den bestehenden Ermittlungsmöglichkeiten ausgestaltet ist in der StPO. Man merkt, ich persönlich finde dieses Konstrukt der Tatprovokation hochproblematisch und gerade auch verfassungsrechtlicher, aber auch aus normativer Sicht fragwürdig. Mich interessiert aber auch, was ihr davon haltet und ihr könnt mir das gerne auf Instagram oder sonst wie über die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten bei YouTube in den Kommentaren oder bei LinkedIn oder Twitter schreiben, wie ihr zu dieser Konstruktion steht, wie ihr auch das Urteil des BGHs, das wir hier nebenbei besprochen haben, findet und die Kriterien bewertet, die seitens des BGH und auch des EGMR angewandt werden, um mit diesen Fällen der Tatprovokation umzugehen. Ich hoffe, die Folge war für euch informativ und hat euch gefallen und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao!